Yo, was geht denn da von der KKFOPs oder KKFOPs und willkommen mit Assassin's Creed Unity auf Xbox One und ja, ich bin wieder hier mit einer schönen sexy Grafik, bin ich sicher, ich muss nach den Filmen nachschauen, wie die Grafik aussieht und ja, ich habe bei meinem anderen Video gesagt, mein Vlog Video, habe ich gesagt, ich werde vielleicht in ein paar Monaten filmen, erst wieder, aber oder ein paar Tage, ich bin nicht sicher, was ich gesagt habe, okay, ich bin nicht unbedingt der Profi, was alles merken kann, aber egal, ich bin jetzt hier, habe einen Weg gefunden, wie ich noch wieder filmen kann, mit schöner Grafik und ja, ich habe vergessen, dass ich ein Tablet rumliegen habe und es benutzen kann, also habe ich einfach ein Tablet benutzt, also ja. Ja, ich bin wieder hier, zock es essen, aber leider kann ich nicht mehr GTA zocken, ja. Und wahrscheinlich, ich glaube, ich bin komplett random, ich habe nichts zu erklären, was alles passieren wird, tut mir leid, okay. Also, ja, ich habe eine kleine Erklärung nur, was alles passieren wird und was alles passiert ist. Also, ja, ich war in den Philippinen, habe Urlaub gemacht, so drei Wochen, habe kein Video davon gemacht, habe nichts davon gesagt und habe dann Xbox One bekommen auch noch, habe auch random bekommen. Okay, tut mir leid, mein Leben ist einfach random, so viele Sachen passieren. Und ja, ich bin eigentlich froh, wieder zu filmen, weil ich wollte filmen, seit ich Xbox One hatte und deswegen, ach man, ich will unbedingt filmen. Oder GTA 5 auf Xbox 360, da wollte ich auch filmen, aber ja, ja, ich hatte scheiß Grafik, deswegen kann ich jetzt filmen. GTA 5 kann ich leider nicht filmen, ich wünsche, ich könnte, tut mir leid, es tut mir sehr leid, Leute. Also, ja, ich habe sehr Sinn, ähm, ich kann vielleicht bald mit meiner Freundin zocken, online, werde ich auch so irgendwie filmen. Ich rede so viel, ich weiß, es tut mir leid. Also, ja, das ist nicht meine originale Skin. Also, ich habe die beste von bester. Warte, ich komme gleich. Okay, jetzt, jetzt alles, gut, 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 gut. Hier habe ich, das ist meine originale... Also, ja, lacht, lacht alle. Ja, lachen wir aus, weil ich Lila trage. Das ist, das ist eine Saints-Zeichen. Ja, also, man kriegt eine Saints-Zeichen, ist die allererste Saints. Was ihr nicht wisst, ist, ich bin eine Saints-Fan. Lila ist meine Lieblingsfarbe und Blau. Hey, Lila ist keine Mädchenfarbe mehr, es ist eine männliche Farbe. Habe ich mal Saints Row mal gespielt? Ja, die Leute, die Lila antragen, sind Hardcore. Ja, also Saints Row ist keine Mädchenfarbe mehr, es ist eine Hardcore-Farbe. Echte Männer tragen Lila. Oder, verrückte Leute. Das ist, was ich irgendwie komisch finde in dem Spiel, dass... Diese Leute, die rot tragen, sind eigentlich Österreicher. Und, ja, ich lebe in Österreich. Meine meisten Freunde kommen aus Österreich. Ich lebe in Österreich. Shit, oh Gott. Ein deutscher Experte? Oh, bitch, get on my level. Das ist mein neues Zuhause. Das ist, das ist, das ist, das ist der neue Assassin. Das kann man Bäume erklettern. Was man schon in Teil 3 könnten. Aber egal. Und, random Typ hat ein Kreuz. Mit dem, die Zing muss richtig viel wiegen. Ich weiß nicht wie viel. Wahrscheinlich sehr viel. Das ist Akkohol. Ich hab Bier gefunden, Leute. Ich kann es trinken. Ich bin jetzt ab sofort Bierverkäufer. Also, das ist wahre Liebe. Der Typ ist eigentlich... Was tust du denn da? Guckst du mein Schwert an oder guckst du mein... Anderes Schwert an? Was guckst du mir so an, Leute? Was? Habt ihr noch nie ein Schwert gesehen? Oh, warte, das ist ein klassischer Scherz. Hey, Baby, ist dieses Schwert? Das kannst du haben, wenn du willst. Verstanden. Hä? Nein? Okay, das ist jetzt irgendwie komisch. Bevor dieses Video noch komischer wird, werde ich anfangen, ein paar Leute zu töten. Also, wo müssen wir hin? Weiß ich nichts. Äh. Nee. Nee. Ich hab einen Platz markiert. Es ist ein ziemlich großer Platz. Es sind wahrscheinlich sehr viele Feinde und ich sehr hart verkacken werde. Und ja, ich hab eigentlich in der Saison und dann brauche ich die Story durch. Ja. Keine Ahnung. Meistens, wenn ich eine Spielfilme will, habe ich schon die Story durch. Weil ich immer zu spät bin oder habe ich keinen Bock drauf. Ja. Das ist einfach so. Ich weiß, ich brauche auch mal private Zeit. Ja. Ich muss mal Brecher töten. Verdammt. Nein! Ich kann mich mit anders umgebracht. Ah, ich hab... Ich hab... Okay. Die Abkant... Oh. Oh mein Gott. Gewalt. Gewalt, Kinder. Das Spiel ist ab... 24. Auch. Verkackt ist er gerade. Get on my level. Wow, warte. Der Kampf geht immer noch weiter? Oh, shit. Get on my level. Oh. Okay. Da ist ein Schützer da oben. Ich muss ihn. Let's do this. Surprise, motherfucker. It's a level 4? Oh, nee. Ich hab so leicht zu töten. Level 4. Höchster Level. Ever. Aber das ist 5. Verdammt. Rage. Warte. Habt ihr überhaupt euch mal gefragt, was diese... Dinge hier sind? Wo ich gerade drauf bin? Es ist ein Seil, was... in ein anderes Haus angekettet ist. Für was ist das für? Ich weiß nicht was. Ich muss mal alles nachschauen. Wahrscheinlich werde ich wieder meinen Vater fragen. Oh, noch mehr Leute. Bitch. Oh, okay, okay. Hier können Kinder was lernen. Also Kinder, gut aufpassen. Jetzt werde ich euch was zeigen. Okay. Schläger verjagen. Siegst du vielleicht manchmal unterwegs, zwei Leute verprügeln, okay, nicht wirklich verprügeln, also... mobben, oder... Warte, wie heißt das denn? Ich glaube, mobben. Ja, das heißt, mobben. Wenn du jemanden siegst, ist, jemand mobbt, eine Frau oder ein Kind, dann weißt du, was du tun sollst? Hol einfach dein Schwert raus. Ganz einfach. Schwert raus holen und alles ist fertig. Und wenn jemand dich aufhalten will, dann... Töte es einfach. Einfach töten. Oh, und mein Vater sagt, ich kann nichts Kinder beibringen. Hier, ich habe jetzt... zwei Kinder was beigebracht. Ha! Nimm das an auf. Warte, ich habe gerade an auf gesagt. Nicht die Anauf-Schwarzenegger, ich wollte eigentlich Adolf. Heißt er Adolf Hitler, oder? Ja, Adolf Hitler? Nein, Adolf Hitler. Verdammt, ich bin so eine History-Profi. No, no dying today. Smoke weak everyday. Oh mein Gott, ich habe noch 200 Meter vor mir. Was habe ich mit... Oh mein Gott, ein Easter Egg. Oh damn, ein Easter Egg, Leute. Oh mein Gott, wenn ihr sowas findet, habt ihr einfach so viel Glück, in der Sassen. Wahrscheinlich, Pech, oder irgendwas. Fragen mich, wie alt diese Häuser überhaupt sind. Diese Gebäude. Oh mein Gott, wir sind fast da. Yeah, ich sehe schon von der Ferne, oder... Oh Gott, ich bin Spider-Man. Okay, wir sind hier, und... Ja, das habe ich mir nicht vorgestellt. ist es schwerer, als ich dachte, und ich wollte nur ein bisschen kämpfen, aber... Ernsthaft, sie haben schon... sie haben schon eine verdammte Wand. Das ist keine Wand, was ist das? Ein Zaun, ein großes Zaun. Eine Wand. Hashtag Profi. Muss ich irgendwie da reinkommen? Wahre Assassiner wird das wissen. Da bin ich keiner, ich bin ein Saints. Ein Saints-Assassiner. Okay. Okay. Das ist jetzt ein Tutorial, wie man reinschleicht. Erstens, tarn dich wie einer von diesen Wechseln. Nein, ich bin dein... Kamerad. Schau. Jetzt, okay. Wenn das... Wenn das scheiße gelaufen ist, nimm einfach... Nimm einfach... Cocaine... raus, und... Ja, die Leute werden dran ersticken, weil sie allergisch gegen Cocaine sind. Und dann... hast du noch einen Gegner, da musst du sie ganz leicht töten. Es ist kein großes Ding, es ist ganz leicht. Und ich tue überhaupt nicht nur auf X-Sperm in der ganzen Zeit, weil... Ich bin kein Noob, ich bin... Boon. Der Gegenteil zum Noob. Ich habe wieder der Welt was beigebracht. Okay. Ich weiß nicht, was da oben ist. Ich werde selber nachschauen. Shit. 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 Oh mein Gott, ich bin so ein Profi. Er will mich schneiden. Niemals! Oh mein Gott, lag, obwohl ich nicht mehr online spiele. Okay, es sind doch nicht so viele Gegner, wie ich dachte. Was haben wir denn hier? Oh mein Gott. Flindern, was hat er mit sich? Wenn er Schokolade mit ihm hat, dann ist es so klar. Okay. Oh, Medizin. Fuck yeah. Was ist das? Was ist das? Ich bin nochmal und muss. Eine Freie später fragen. Ich müsste auch ein Profi einsetzen. Shit, 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 shit. Nein, nein, nein. Hol nicht dein Gewehr raus. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, okay, okay. Okay, okay, hol ihn schnell, hol ihn schnell. Okay, okay. Michael Bay Movie. Was überhaupt nichts damit zu tun hat. Oh Gott, ich werde sterben bald. Nein. Today not. Oh yeah, oh. Finish him. Yeah. Gib den Drogen, Bro. Gib jetzt alles. Oh, was da? Was war das? Ha. Er lebt noch. Ah ja, okay, oh shit. Ah, ich hab's in den Rücken aufgeschlitzt. Das muss man sogar sehen. Oh, oh mein Gott. Habt ihr das gesehen? Was da unten war? Ich hab was gesehen. Oh shit, das... Das wird ihr gleich sehen. Guck das an. Es sind noch mehr ge... Leute, wie viel sind das? Eins. So ungefähr. Fünf. Vier. Hm. Ich hab's nur eine Ding. Was würde Batman tun? Oh, ich bin ein Bergman. Diese Stadt... Diese Stadt braucht nichts. Ohne mich. Wollte das nicht überlegen. Warte, Moment. Diese Szene wurde mal gespielt. Irgendwo kenn ich das. Scheiß drauf. Diese Leute, die Österreicher, haben meine Kuchen gestohlen. Mann, sie gehen zu weit. Keiner. Keiner steht wegen dieser Kuchen. Wenn ja, sind sie tot. Oh, Batman. Ich bin der Welt schmiert. Ich bin der Schatten. Ich bin der Schatten. Ich bin nicht ungesehen. Ich bin der Batman. Oh, yeah. Oh, mein Gott, nein. Oh, mein Gott. Und Menschen schauen mich zu. Und weg! Oh, Magie! Und schon bin ich wieder hier. Ja, das Video ist schon fast 15 Minuten und ich glaube ich kann nur 15 Minuten filmen. Ich bin sicher, kann ich 20 Minuten filmen? Echt, wer schaut das so ein Video von mir an, 20 Minuten lang? Ja, bevor ich jetzt nicht mehr hochladen kann die Video, sollte ich langsam die Video stoppen. Ja, wir haben SSN gespielt. Ich bin jetzt aktiv wieder an YouTube. Ich werde wieder mal öfter filmen. Also ja, das ist ein guter Ding. Keine Ahnung, wenn ich es schaffe. Wenn die Schule nicht so schwer ist, wenn ich nicht so viel lernen muss. Kann ich aktiv sein. Aber jetzt bin ich zur Zeit eigentlich gut drauf in der Schule. Ja, hab noch kein Problem, aber ich schaffe es trotzdem. Man kann auch filmen. Ähm, ja. Ähm, ja. Ähm, ja. Ähm, ja. Ähm, ja. Vergesst nicht. Instagram. Schaut mich an. Auf Instagram. Besser deutsch, aber. Ähm. Auf Instagram kannst du sehen, wann ich Twitchen werde. Oder ich werde einfach ein Video machen vom YouTube. Wird er in ein paar Stunden auf Twitch sein. Dann könnt ihr mich auf Twitch sehen. Und ja, meistens wird's Minecraft Assassin sein. Weil, ähm, ja. Warum? Egal, wenn dir ein Video gefallen hat, hinterlassen ein Like und ich sehe später Hunde. Peace. Endlich. Oh Gott, endlich kann ich mir ein paar Zeitungen anschauen. Was? Kann ich Playbook heute? Oh Gott, diese Zeitungen sind heutzutage nur Schrott. Wie in meinem Auto.